Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am 7. Dezember. Ich grüße Sie ganz herzlich zur Wochenmitte sozusagen und wir wollen heute hier mal den Blick wieder auf ein Währungspaar werfen, was wir schon zu Beginn der Woche unter die Lupe nahmen, nämlich hier das britische Fund gegenüber dem kanadischen Dollar. Wir hatten hier ein saisonales Long Setup identifiziert, welches insbesondere mit Ausbruch aus diesem, ja dieser Art symmetrischen Dreieck an Charme gewinnen dürfte. Und hier die Chance sozusagen bot mit einer Trefferquote von über 75% während der letzten 21 Jahre hier einen Erfolg auf der Oberseite zu garantieren. Wir schauen jetzt mal auf den realen Chart und sehen der Ausbruch scheiterte. Vielmehr hat das Währungspaar sogar jetzt das theoretische Risiko ausgeschöpft auf der Südseite und hat hier sozusagen auf breiter Front versagt. Das zeigt natürlich eindeutig, dass saisonale Setups hier nicht immer der Garant für 100%ige Erfolge sind, aber ein saisonales Setup kommt selten allein, wie Sie ja vielleicht auch schon gelesen haben. Insofern schauen wir einfach mal, was sich heute bietet, denn das britische Fund gegenüber dem kanadischen Dollar hat ein neues mögliches Setup. Und das schauen wir uns jetzt mal hier konkret an. Und zwar gab es während der letzten 21 Jahre hier sogar eine wesentlich bessere Trefferquote, nämlich von ganzen 85%. Das Ganze läuft hier auch in Anführungszeichen nur vier Tage und das schauen wir uns hier an den Rahmendaten nochmal an. Also Sie sehen hier 85% während der letzten 21 Jahre 18 Mal das Ganze zum Erfolg geführt, hier mit einem durchschnittlichen Gewinn von 209 Pip. Und das schauen wir uns jetzt mal eben konkret hier im Chart an, wie es sich denn jetzt gestalten könnte. Denn wir haben hier den Rücklauf aktuell, eine gewisse Schwächephase. Das Ganze läuft hier an diese Aufwärtstrendlinie heran. Insofern eine schöne Konstellation. Wir haben hier zusätzlich auch diesen Supportbereich um 1,67. Und das könnte dafür sprechen, dass das britische Fund von diesem Level ausgehend hier durchaus ein bullisches Szenario fährt. Der Witz ist an dieser Sache nur, wir haben heute 9.30 Uhr, also just, und auch 10.30 Uhr einiges an News aus Great Britain zu erwarten. Sie sehen es hier, die Industrieproduktion für Oktober kommt, Erzeugung produzierender Gewerbe. Das heißt, wir haben hier einige Daten, die hier ein bisschen für Schwankung sorgen könnten. Dann gibt es hier auch noch Schätzungen um 16 Uhr. Der US-Dollar ohnehin ja mit in diesem Währungspaar involviert. Das heißt, da gibt es ja am Nachmittag sowieso täglich News. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall ein Stück weit Bewegung zu erwarten. Aber von der technischen Ausgangslage heraus und auch von dem saisonalen Setup, welches hier ja bis zum 13.12. tragen soll, kann sich hier eine schöne Chance ergeben. Mit dem heutigen Close, das wäre praktisch hier im Laufe europäischer Zeit, der Preis stand um 23 Uhr herum, könnte sich hier ein Entry ergeben. Und sofern diese Unterstützung hier hält, Schrägstrich die Kerze sich heute meinetwegen noch nach oben aufbohrt, könnte man hier theoretisch den Einstieg suchen. Kurzfristig für knapp 209 Pips. Und das schauen wir uns jetzt hier eben mal mit diesem Performance-File an. Vom aktuellen Niveau, also just wenn man jetzt einsteigen würde, 209 Pips, wäre praktisch fast genau bis an diesen Widerstandsbereich heran. Das wäre die mögliche Chance. Theoretisch, technisch durchaus gut möglich. Also man darf hier durchaus unterstellen, dass das hier eine Option auf der Nordseite ist. Und demgegenüber steht ein mögliches Risiko von 102 Pips. Sehen Sie, sollte es dazu kommen, wäre die Südseite auch schon dahingehend aufgelöst, dass die Unterstützung wahrscheinlich gefallen wäre. Also hier den Stopp zu platzieren, wäre mal gar nicht schlecht. Aber grundsätzlich eine sehr, sehr annehmbare Chance. Wir nehmen den Pfad mal vom aktuellen Level hier nach oben, um die Chance sozusagen ein Stück weit besser zu visualisieren. Und so sieht das mal aus, meine Lieben Zuschauer. Also es ist gar nicht mal verkehrt, hier das Währungspaar im Auge zu halten. Kurzfristig ergibt sich hier, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Long Chance. Und wir haben hier, wenn wir uns nochmal die statistischen Rahmendaten anschauen, eine hervorragende Ausgangsbasis. Eben noch eine sehr, sehr wesentlich höhere Trefferquote als eben in dem Setup vor zwei Tagen. Das muss man ganz klar unterstellen. Und auch der Performance-Short sieht natürlich hier auch sehr, sehr gut aus. Zugegebenermaßen das letzte Jahr mit einem triumphalen Erfolg. Dann gab es hier zwei kleine Verlustjahre in 2012 und 2013. Also insofern hier auch die letzten Rückschläge. Und wir hatten ja nur drei Verlierer in den letzten 21 Jahren. Muss man sagen, haben hier in der jüngsten Zeit erfolgt. Der letzte dann auch hier 2009 und davor im Prinzip hier sukzessive nach oben gelaufen. Das Ganze sehen Sie hier mit ganz kleinen, stärkeren Ausschlägen. Ging es hier nur nach oben, dann kleiner Dip, dann hier ein etwas stärkere Dip und zuletzt da eben hier nach oben aufgefächert. Das Ganze jetzt die Frage, wie geht es denn dieses Jahr aus? Wir werden es beobachten. In jedem Fall ist es ein sehr, sehr interessantes Setup. In jedem Fall ist es eine sehr, sehr interessante Konstellation, die sich hier bietet. Und das wollen wir einfach mal im Auge behalten. Um das nochmal abzustecken, nach 10.30 Uhr hier die Situation abwägen. Theoretisch oberhalb von 1.67, 10.1, 67 erscheint ein spekulativer Entry möglich. Gerade vor dem technischen Hintergrund und gerade davor, dass wir hier eben eine bullische saisonale Phase haben. Umgekehrter Fall natürlich hier, wenn wir hier nach unten durchkippen, hat sich das Ganze erledigt. Andererseits auch wiederum, vielleicht auch noch für ein bisschen mehr auf der Oberseite, wenn wir uns hier über den Widerstand um 1.69, 85 rausheben, kann es sogar im Idealfall eine stärkere Performance in Richtung 1.72 geben. Also das darf man auch nicht ausschließen. Grundsätzlich aber hier eine gute Ausgangsbasis und ein saisonaler Trade kommt selten allein. Deswegen wollte ich Ihnen diesen heute hier nochmal vorstellen. Denn das Währungspart der zweiten Reihe hat hier sozusagen eine sehr, sehr schöne Ausgangsbasis. Mehr dazu, meine lieben Zuschauer. Schauen wir uns auch heute Nachmittag zum JFD-Devisenradar-Webinar an, 15 bis 16 Uhr. Da werden wir auch den ein oder anderen Seasonal Trade nochmal durchnehmen. Ich sage an dieser Stelle erstmal Danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Mittwoch. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder, bzw. spätestens morgen 9.30 Uhr. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Untertitel 4.03 Uhr. Vielen Dank.